Die Sir John Simulator 2013 Ja, es handelt sich hier um eine Miniaturausgabe eines Chirurgie Simulators Der aber nicht wirklich Sinn hat Oh, es ist laut. Bisschen leiser machen Ich weiß gar nicht, ob es ein Let's Trash wird oder ein Let's Show oder eine Runde mit Ich nimm's mal einfach, äh, Kacke auf Software Die Steuerung allein ist schon so bekloppt, ey, da kommt man erstmal reinfinden Diese Musik Heute müssen wir eine Herztransplantation vornehmen, na dann wollen wir doch mal Erstmal hier, äh Irgendwie, oh ja, Evil Metal of Doom Ich kann auch, äh, wenn ich möchte, äh Na ihr Ficker, alles klar war ich So Erstmal runter gehen mit der Hand So, jetzt die Hand festhalten So, äh, und Äh, wie soll man das denn machen? So, jetzt aber Verkrampfen Ah, es bub, bub, bub Also hier, nimm die Scheiße Ab ins Gesicht, ich box dir eine rein Nimm! Viel Spaß damit So, wir müssen erstmal durch das Gerippe kommen Was haben wir denn hier feines noch rumliegen? Ein Becher Eine Säge Spritzen, diverse Utensilien Geben wir ein Stück runter Aha, ein Herz Gut, das brauchen wir gleich, weil wir die Herztransplantation machen Eine Knochensäge Das würde sich ja gut ergeben Aber ich finde der Das sieht doch schon viel besser aus Nehmen wir das einfach mal Äh Und so Ja, komm schon Kommen wir erstmal ein Stück höher So Festhalten Nein, äh, ich muss die Hand erstmal ein bisschen drehen So, runter Festhalten Kommt schon Ah, die Steuerung Jawohl, ich hab's Ich hab's Ich hab's Jetzt muss ich nur irgendwie, äh Den loslassen, genau Jetzt drehen wir nochmal ein Stückchen So Wollte ich sagen Hauen wir einfach mal ein bisschen drauf rum So Erstmal weg damit Das Radio nervt mich So, wir müssen da irgendwie rankommen Erstmal die Hand zurückbringen Ah Lungenflügel Äh Äh Er braucht schon Lungen Weg damit Äh Rande, wir müssen ans Herz Äh Äh Komm schon Ein Knochen Weg damit Braucht keiner So, Lunge weg damit Da ist das Herz Oh, er verliert sehr schnell Blut Wir müssen erstmal die Hand ein bisschen runter machen Äh, die ersten Knochen liegen im Weg Äh So Ziemlich ekelhafte Sache Herz, komm schon So Nein, nicht steckt noch nix Herz 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 Ach, Knochen weg damit Huch Ich will die Hand wieder so rum haben So, einmal das Herz nehmen Äh, äh Komm schon raus, du Sau Komm raus Du bist umzingelt Nein, scheiße Wir brauchen irgendwas zum Schnibbeln Wir brauchen irgendwas zum Schnibbeln Da ist doch was Runter, 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 runter Runter, runter, runter Festhalten Komm schon Festhalten Festhalt, Junge Halt fest Jawohl Jawohl Geht doch So, dann sägen wir mal ein bisschen am Herz rum Greif zu Greif zu Greif zu Greif zu Greif zu Zeigefinger Daumen Bisschen weiter nach vorne Moment Bisschen weiter nach vorne Runter Zeigefinger, Daumen Ach, schade Verdammt Versuchen wir es einfach nochmal Diesmal ein bisschen professioneller Los, komm, nimm die Hand Nimm die Hand Nimm die Hand Hahaha So, erstmal hier ein bisschen runter Das brauchen wir nicht Erstmal hier dein eigenes Blut übers Gesicht ziehen Du musst das nicht mit ansehen, John Es ist so grausam John So Äh, nehmen wir doch das Ding hier Komm schon Jawohl Na schau mal, guck Ich kanns doch Ich kanns doch So 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 Ein bisschen so Nein Nein, er soll doch nicht verbluten Weg damit So Herz Äh Ach Patch, patch, patch So Herz Komm schon Dies brauchen wir jetzt So Da Ist doch gut, oder? so machen wir den Deckel drauf hm? wo ist der Deckel hin? ach verdammt gut Lunge das ist erstmal weg das steht im Weg nein Säge hör doch jetzt auf da vorne du musst faxen bleib doch ruhig bleib doch ruhig nein weg mit dir ich brech mal die Hand so ich brauche ja ich bräuchte jetzt eigentlich ein Skypell oder sowas erstmal müssen wir alles ein bisschen aufräumen hier so die sind noch fest die Knochen na das lässt sich doch ganz einfach regeln ne andersrum so rum müssen wir den Hammer irgendwie ein bisschen nehmen so von der Seite na komm schon Hame Hame komm her gleich hab ich dich du kleine Sau oh du nasses Ding du flutscht aber ganz schön so und dann machen wir halt so und haut einfach mit der anderen Seite zu Hammer und zack 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 wams 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 oh kacke verdammte kacke gut Leute ich glaube ich kriege das nicht hin aber vielleicht habt ihr die bessere Möglichkeit vielleicht seid ihr bessere Ärzte könnt mir eine Videoantwort zu dem wohl sagenhaftesten Chirurgie Simulator aller Zeiten schicken ähm in der Hinsicht bin ich leider nicht zum Chirurg geboren ihr schafft das sicherlich besser als ich ähm ja schickt mir Videoantworten oder sagt mir allgemein was ihr von der Spielidee haltet wir sehen uns dann äh in einem weiteren lustigen Part ein anderes Spiel oder eben andere Let's Plays äh ja dies und das jenes und solches auf dann auf bald auf Wiedersehen Tschüss Sikowski hehehehe hehehehe